Die Börsen auf Rekordkurs DAX, DAO, denn in den USA wurde jetzt das größte Konjunkturpaket aller Zeiten gebilligt, 1,9 Billionen US-Dollar. Ja, die einen freut's, die anderen sehen enorme Risiken. Ja, die Risiken sind natürlich die Inflationierung, aber die Amerikaner haben mit Inflationierung ja keine Angst. Wir haben immer gesagt, Inflation ist etwas Positives, das zeigt ja eigentlich nur, dass die Konjunktur läuft und dass die Schulden eben aufgefressen werden durch eben Inflation. Und wenn der Biden so ein Programm natürlich auflegt, dann will natürlich auch das Land versöhnen. Das kann man auch sozialpolitisch verstehen. Das Land ist ja auseinandergebrochen wie sonst was. Wie ich sag mal, wie eine kaputte Ehe. Da muss man natürlich wieder kitten, da müssen wir dafür sorgen, dass das Porzellan, das durch die Ecken geflogen ist, wieder in den Schrank eingeräumt wird. Von daher ist das grundsätzlich okay. Aber Amerika wird auch weiter Gründurpakete machen. Wir haben noch stärker auch die Verbesserung der Infrastruktur als Ziel haben, Infrastrukturmaßnahmen, ein grünes Amerika. Also es kommt noch näher. Hauptsache die Wirtschaft läuft irgendwo und Hauptsache Amerika hält zusammen. Aber im Vergleich zu Europa macht das Amerika auf jeden Fall besser. Das Thema vertiefen wir jetzt die Börsen auf Rekordkurs in der Pandemie. Was sollten Anleger jetzt tun? Zudem schauen wir wieder auf zwei Top-Empfehlungen, Adidas und Volkswagen. Herzlich willkommen zu Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie. Ja, DAX und DAO kennen nur eine Richtung nach oben. Und das alles in einer Krisenzeit. Die Notenbanken und die Staaten pumpen einfach immer mehr Schulden ins System. Ist das nicht pervers? Es ist pervers und zwar mit Sternchen, aber man muss es so formulieren, die Krise sorgt dafür, dass die Aktienmärkte immer weiter steigen. Warum? Weil die Notenbanken natürlich aufgrund der Risiken, die sie beschrieben haben, ja aktiv bleiben müssen. Wir haben zwei Inflationsbeschleunigungen. Um es klar zu sagen, die Inflation sprießt ja wie Spargel im Frühjahr. Aber man wird nicht darauf reagieren. Aus drei Gründen. Erstens wird die Konjunktur natürlich ihren Aufbau nicht hindern. Zweitens geht man davon aus, dass die Inflation nach hinten wieder rauswächst, nach unten geht, weil die Nachholeffekte der Konjunktur irgendwann abhebben werden. Und drittens, sehr, sehr wichtig, wir sind überschuldet. Und zwar bis hier. Also wir können gar nicht mehr höhere Zinsen zulassen. Dann kippt unsere Finanzwelt aus den Latschen. Und zwar das letzte Mal final. Das wird keiner riskieren, um auch die sozialen Probleme auf der Straße nicht zu haben. Von daher ist der Aktienmarkt der Günstling, der Krisengewinner. Es geht weiter, aber sind wir auch nicht so kritisch dem Aktienmarkt gegenüber. Denn klar ist, er hat fundamental durchaus Stärkqualität, auch im Hightech-Bereich. Die Geschäftsmodelle sind sehr valide. Und wenn die Konjunktur kommt, sehen wir auch, dass unsere Zykliker, die wir zum Beispiel auch in der zweiten Reihe in Deutschland haben, nach wie vor eine schöne Unterstützung haben. Also der Aktienmarkt ist nicht, wie viele sagen, so teuer, dass wir einen Crash haben müssen. Die Crash-Propheten werden sich auch dieses Jahr wieder kräftig auf den Hintern setzen müssen. Das ist vom Pferdfall. Wir sprechen gleich weiter. Jetzt aber erst einmal der Veranstaltungshinweis. Webinare statt Seminare. Wenn ihr euer Tradingwissen vertiefen wollt, verbessern wollt, bequem von zu Hause oder auch aus dem Büro, dann schaut einfach auf die kostenlosen Börsen-Webinare der Tradinghaus Börsenakademie. Die nächsten Termine, 25. März, Trading, Chancen und Risiken beim Handeln mit Hebeln, alles zum CFD-Handel. Am 6. April großer Marktausblick mit dem Portfolio-Manager André Stagge. Er gibt einen praktischen Einblick, wie ein erfahrener Fondsmanager am Markt agiert. 29. April erfolgreich mit Bluster-Handeln, wie wende ich das Trendfolgesystem richtig an. Und am 27. Mai handelt Strategien und deren Umsetzung die besten Strategien für Einsteiger. Damit ihr euren kostenlosen Platz sicher habt, meldet euch gerne jetzt für die Events an unter trading-haus.de. Ist es bei diesen Höchstständen an den Börsen noch ratsam einzusteigen oder bricht sowieso bald alles in einem Crash zusammen? Wie sollten Anleger sich jetzt positionieren? Solange es Megathemen gibt, bleibt es dabei, dass man den Aktienmarken treu bleiben muss. Das ist eben die Konjunkturerholung, was dafür fundamentale Verbesserungen der Zyklika, der konjunkturabhängigen Werte sorgt. Dann haben wir das Thema Klimaschutz, das sicherlich längerfristig orientiert ist. Da gibt es auch mal Rückschläge, aber es ist ein Megathema auf einer sehr langen Zeitachse. Im Hightech-Sektor muss man sehen, naja, man braucht das Zeug so auszudrücken, weil es einfach, die Digitalisierung erst am Anfang steht. Das heißt, kann man reingehen, wenn die Märkte mal einen Satz nach unten machen. Das ist eigentlich die Botschaft, seit einem Jahr, wenn die Märkte mal stärker fallen, kommen sofort, wenn die Käufer hier sagen, was soll ich mit meinem Geld machen, es gibt ja keine Anlagealternative im Zinsbereich. Die bleibt da weiterhin absolut uninteressant. Und diejenigen, die sagen, naja, das Risiko ist mir dennoch zu groß, dafür gibt es eben das Allheilmittel, regelmäßige Aktien-Sparpläne, um da mit kleinem Geld über längerfristig ein vernünftiges Vermögen aufzubauen. Entscheidend ist, solange es Megathemen gibt und die haben wir, auch die Liquiditätssauce, die zu Ende ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Aktienbank einrichtet. Und wir schauen auf die Top-Empfehlungen. Zuerst auf Adidas. Beim größten deutschen Sportartikelhersteller könnte es etwas besser laufen. CEO Kaspar Rostedt hat gesagt, dass die Entwicklung schleppend ist, aber für die Zukunft erwartet man dann doch einiges mehr. Die Analysten sehen hier eine Longchance. Solange sich das symmetrische Dreieck noch im Aufbau befindet, bleibt die Aktie vorläufig als neutral zu bewerten. Ein Anstieg über ein Niveau von mindestens 298 Euro könnte aber den entscheidenden Kaufimpuls liefern und weitere Gewinner an die Novemberhochs bei 306,60 Euro ermöglichen. Darüber findet sich ein weiteres Ziel an den Rekordhochs aus Anfang 2020 bei 317,18 Euro. Mittelfristige Ziele könnten Adidas sogar in dem Bereich von 360 Euro finden. Und wir schauen auf Volkswagen. Da hat sich die Aktie in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt und konnte sogar die Jahreshochs aus dem Jahr 2018 wieder einholen. Insgesamt tendierte die Volkswagen-Aktie in einer Handelsspanne zwischen grob 129 und 200 Euro seitwärts. Die Analysten der Trading House Börsenakademie sehen hier eine Longchance. Kurzzeitige Abschläge könnten demnächst noch folgen. Spätestens ab 160 Euro sollten Bullen wieder durchgreifen und einen Gipfelsturm einleiten. Ein unmittelbarer Kurssprung über 220 Euro würde dagegen Aufwärtspotenzial an die Märzhochs aus 2015 bei 254,30 Euro ermöglichen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben, kommentiert und postet das Video. Und ansonsten sehen wir uns in der kommenden Woche wieder bei Inside MarketsX. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday! Diese Sendung präsentiert Ihnen MarketsX, ein Partner der Trading House Börsenakademie.